Ja, liebe YouTube-Freunde, was läuft da beim Bauerhausen? Ich fahre da nach Kirchberg, schnell an den Amitreff, trinke dort einen Kaffee, nachher zurück nach Hause und Gras mähen. Da ist ein Doppelgund, der durch den Koronherm direkt auf der Schwarm zu spremieren. Die Blatt und die Kaffee sind in Wöwerste, die in den Kaffee sind in Händen. Die Wöwerste sind in Händen. Takao. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.